Die Welt der Automatisierung verändert sich. Prozesse werden schneller, Aufgaben komplexer, Anforderungen digitaler. Nur ein ganzheitlicher Ansatz kann zu dauerhafter Wettbewerbsfähigkeit führen. Heute ist das TIA-Portal mehr als ein Engineering-Framework. Es ermöglicht den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung. So werden Sie schneller, flexibler und effizienter. Steigern Sie Ihre Flexibilität und arbeiten Sie offen, virtuell und vernetzt. Reduzieren Sie die Komplexität und verkürzen Sie so Ihre Time-to-Market. Steigern Sie Ihre Produktivität und agieren Sie mit höchster Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen. Das TIA-Portal ist damit der perfekte Zugang zur Automatisierung in Digital Enterprise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017